Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 17. Januar 2022. Ihr hört Geek Talk Daily, 1151 und gleich vorne raus. Es könnte diese Woche eventuell knapp werden, denn die Woche ist gepressured voll. Aber ich gebe mein Bestes heute mit den folgenden Themen. Raspberry Pi 4, Zerschlagung, Sunto, Google Analytics und AVM sowie Oppo mal 2. Ich beginne gleich mit dem Raspberry Pi 4. Und das ist ein schönes Update, eine schöne Meldung. Denn auf dem Raspberry Pi 4, welches es ja in verschiedenen Grössen gibt, mit Grössen meine ich damit die RAM-Module, die verbaut sind, 2, 4 und 8, wenn ich alles richtig im Kopf habe. Jetzt hat Canonical, der Publisher der Linux-Distribution, Ubuntu mitgeteilt, dass man das Desktop-Betriebssystem Ubuntu, mein Gott, nun auch auf dem 2-Gigabyte-Version des Raspberry Pis installieren kann und damit vernünftig arbeiten soll können. Super Deutsch wieder, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dank der Linux-Kernel-Funktion Zwapp kann man das Ganze jetzt auslagern, sprich den RAM auf die Festplatte auslagern. Damit das nicht in geminderter Geschwindigkeit passiert, hat man da eine kleine Dekomprimierungsgeschichte mit eingebaut, womit der Zugriff auf die Auslagerungsdatei um einiges schneller funktionieren soll. Wenn das so weitergeht, gibt es noch ein paar Verhaspeler heute. Mal schauen, wie es weitergeht. Die Zerschlagungsklage gegen Facebook in den USA ist nun zugelassen. In erster Instanz ging sie nicht durch. Man hat da nochmals kurz nachgebessert, ein bisschen dran geschliffen und jetzt hat es doch geklappt. Man möchte nämlich in den Staaten sich überlegen, ob man Facebook, WhatsApp und Instagram trennen muss, weil sie zu gross sind. Ich würde sagen, ja, 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 sofort und tschüss und sowieso. Aber das Ganze wird Jahre dauern, bis man da auf einen Konsens kommt und oder ob es dann wirklich eine Schlachtung des ganzen Betriebs geben wird. Wir werden es sehen. Dann gibt es Neuigkeiten für alle Fans der finnischen Sportuhr Sunto. Die sind aus einem kleinen Familienunternehmen herausgewachsen. Das Ganze hat damals gestartet mit ganz einfachen Anzeiger der Himmelsrichtungen. Kompass, genau. Und hat sich dann mit den Jahren ausgebaut bis zu den heutigen Uhren, die wir so kennen. Ich selber habe auch mehrere davon und die wurden jetzt rausverkauft. Aus dem Familienunternehmen heraus geht das Ganze nach China. Man hat angedeutet, dass man die Geschäfte in Finnland belassen möchte, hat aber nicht gesagt, ob man die Mitarbeiter auch übernehmen möchte, hat aber auch nicht gesagt, ob die ganzen Datengeschichten noch alles da passieren werden, sprich in Finnland und oder ob das über kurz oder lang nach China ausgesortiert wird. Ich wäre aktuell nicht vorsichtig mit dem Kauf einer Sunto-Uhr, würde es mir aber sicherlich zweimal überlegen. Aber das wird sich sicherlich in den nächsten Tagen dann zeigen und auch in den nächsten Wochen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Auch eine weitere Geschichte nach der Zerschlagung von Facebook geht in Richtung Google, nämlich Google Analytics, der Dienst, den man einfach nicht gerne auf einer Webseite hat, aber die meisten haben. Die soll zerschlagen, nicht zerschlagen werden, sondern verboten werden. In Österreich schon als gesetzeswidrig gekennzeichnet, in Niederlanden verboten. Immer mehr kommt das Ganze ins Wanken. Und jetzt schaut sich, wie gesagt, die EU das Ganze komplett für die ganzen Länderverbunde an. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt und wo dann da die Lösungen hingehen werden und wie Google dann da mitspielen kann. Wer eine Fritzbox, einen Router mit der Nummer 6850 5G besitzt, wie meiner einer im Büro und zu Hause, der wird sich freuen. Es gibt nämlich ein kleineres, respektive, wenn man die Liste der Verbesserungen anschaut, ein grösseres Update auf der Fritz OS Version 7.2.9. Was ist da mit drin? Vor allem einiges am Bereich der 5G, also Mobilfunkverbesserungen, besseren Datendurchsatz ist möglich, neue Modem-Software wurde erstellt, der maximale Datendurchsatz vom Upstream wurde erhöht und so weiter und so fort. SIM-Hotplug wird neu unterstützt. Das heisst, ich muss nicht mehr mit dem Router runterfahren, um die SIM-Karte zu wechseln. Ich sollte das dann auch mit ein- und ausstecken können. Obwohl, das dachte ich, ging früher auch schon. Aber nee, stimmt, ich muss es zwischendurch mal ausstecken. Genau, das war. Und noch einige weitere Verbesserungen sind damit dabei. Ich bin gerade am finalen Testbericht schreiben zu dem Router und werde euch da sicherlich in den nächsten Wochen ein bisschen was zu erzählen haben. Auf dem oppoblog.ch Genau, so rum. Auf dem oppoblog.ch hat es einen Blogpost zu Oppo 2022 und was Oppo in diesem Jahr vielleicht so alles bringen könnte. neben den normalen Find X-Geräten etc., dem Fall-Smartphone, der Brille, dem eigenen Chip und so weiter, was da alles mit dabei ist. Aber am spannendsten ist sicherlich ein zusätzlicher Beitrag zum Oppo Find X5 Pro. Wer jetzt denkt, weshalb X5 und nicht X4, ist es relativ einfach und wahrscheinlich auch wahrscheinlich. Es handelt sich ganz wichtig hier um Leaks. Aber man sollte beachten, dass in China die Zahl 4 eine Unglückszahl ist, wie es bei uns die Nummer 13 ist. Und somit wird die vielfach gerne ausgelassen von chinesischen Firmen. Man hat das schon bei Huawei und bei anderen Herstellern bemerkt. Zumindest in den ersten Jahren, wo sie noch nicht so international unterwegs waren. Und zu eben dem besagten X5 Pro mit dem etwas schrägen Bumper gibt es jetzt schon die ersten technischen Leaks, die rausgefallen sind. Auch die wurden schön zusammengefasst. Wer mag also daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens, da könnt ihr nachschauen, nachlesen und Freude daran haben. Das Smartphone soll irgendwann im März dieses Jahres vorgestellt werden. Da dürfen wir mal gespannt sein, an welchem Datum und oder Zeitpunkt das dann wirklich kommen wird. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.